So, da bin ich auch schon wieder. Aber jetzt sagt es dauert nie lange. Aber unter Druck kann ich nie arbeiten. Ja, ich weiß, ich bin ein tolles Vorbild. Ganz toll. So, jetzt geht's. Was war das denn? Wer weiß. Ah, jetzt weiß ich, was ich noch gebrauchen könnte. Machen wir mal ein B. Hier. Ich kann mir mal ein bisschen Wasser nehmen, ne? Ich werde das jetzt hier alles in die Küche bolzen. Müssen wir auch mal vor die Tür gehen, ne? Ob sie nur, wie rum richtig rum ist. Ich weiß das gerade hier von den Ansichten ja nicht. Hab ich noch die Säge dabei? Natürlich nicht. Ich brauche ja eh erstmal wieder Holz. Acht Stück. Und Nägel. Hab ich noch genug Nägel? Nee. Aber ich kann mir hier Nägel selber kwarfen. Hier einmal 60 Stück. So. Dann gucke ich da nochmal. Das Schränkchen wegen Holz. Ah, hier noch zwei Stämme. Kriegen wir genau acht Bretter nochmal raus. Und die Säge will er haben. Da wird erstmal alles reingesetzt. Ein Komponent fehlt. Das ist oben. Ein einziges. So. Kann ich dann hier bis zu 100 Liter Wasser machen? Da habe ich erst mal ein bisschen weiter auf Vorrat. So, bis das Ding da mal aus der Hälfte gekommen ist. Na, wenigstens die Hälfte hat schon mal oder über die Hälfte ein bisschen. Oh, die Nase. Möchte ich hinsetzen. So. Was ist das für Trockenzeugs? Theoretisch gesehen bräuchte ich jetzt ein Bärchen. Aber ich habe jetzt dieses Ducktape. Da kann ich da nochmal ganz schnell was gucken. Ach, ich kann mir hier kann ich mir jetzt auf einmal das wurde mir vorhin nicht angezeigt. Diese selber kraften oder andere. Mann. Das ist halt doch doof, seid ihr. Hier ist ein Brecheisen. Mache ich mir auch mal eins. Das geht wiederum nicht. Was ich jetzt aber mal gucken wollte. Hier, diese Animal Traps. And me it's all to use to try next to my English section. Let's do all rabbits. Also brauche ich nochmal vier Holzbretter und ein Klebeband. Oh. Na jetzt erstmal nicht. Hab ich gar nicht gemerkt. Jetzt heißt es erstmal warten. Ich weiß nicht. Das ist ja auch mal. Ich weiß nicht. gecheckt. Oh, ich komm von drinnen aus ran. Geil. Man sieht ja überhaupt nix. Was qualmt hier? Das glaubt er ja nicht. Ah, jetzt hat das Sample eingesetzt. Dann heißt es jetzt erstmal warm. Bis der ganze Schmuf bei ist. Ich komm von hier aus mein Auto ziehen. Alter, die kommen in mein Haus. Oh, diese Dreckschweine. Und ich hab, oh, Alter. Die kommen in mein Haus. Was ist das denn? Was? Mein Knochen ist weg. Ja, meine Knochen ist wieder weg. Oh, was ist das denn? Das ist doch das gleiche aus wie das im Kronke. Kann sein. Ich hab da nie reingeguckt. Und hallo mehr. Da liegt ne kleine Hand. Knochen ist weg, weil du dich wiederbelebt hast. Was? Da verliert man Items. Wie doof ist das denn? So gesehen Wiederbelebungskosten. Brrrr. Wie scheiße ist das denn? Die haben mich doch gar nicht gesehen. Wieso kommen die in mein Haus? Was? Deswegen geht Kronke immer ins Menü und lädt den Speicherstand wieder. Was? Das ist doch lange her, wo ich gespeichert hab. Müsste ich ja alles nochmal bauen. Nö. Das ist doch kacke sowas. Das musst du halt öfter speichern. Merk schon. Ich konnte nicht anders in mein Haus reinkommen. Mann, oh. Ich hab... Hat der Nagellack? Nee. So ne Dreckschweine aber auch. Vor allem kommt die von zwei Seiten. Ne, der Nebel ist vorbei. So. das sind ja schweine hier kaputt gemacht und hier kaputt gemacht die kam von zwei seiten toll ich kann keine holzbretter mehr sehen weil die säge kaputt ist mach doch alles noch mal du weißt du jetzt wo die streichhölzer waren wolltest du schlafen als der rein sind ja wollte ich soll der hat salz dabei meine pistole ist ja da alles gut das liegt ja bloß alles in der kartoffel du schlafen sitzt brechen die in dein haus ein keine ahnung warum das scheint noch verpackt zu sein ich habe ein zeug wieder die piste lag einmal noch im haus da wo ich gestorben bin lag das zeug also nebel ist die also wenn nebel ist niemals schlafen ich wollte das so die zeit überbrücken so weißt du das tun die dinge zu zerstören alles klar bei dem ist dann auch eingebrochen ok ich kann nur hier schuss machen ich kann mir nur ein millimeter was ist brass meine säge ist hier über Gut, dass das Zeug dann noch in meinem Haus lag, wenn ich noch mal Glück habe. Brasses Messing, oh Gott, guck die Taktin hier, bestimmt aus der Mine. Dazu müssten wir erstmal eine Spitzhacke bauen. Mein Inventar ist voll, das finde ich jetzt nicht so gut. Das Bein wurde überanstrengend, alles klar. Und diese Nase. Da steht ja was von Harvest und ich habe hier eine Kartoffel. Tool not found. Genau. Tool not. Tool not. Ich muss erst mal zusehen, dass ich die Fenster wieder dicht krieg. Ja, die Säge ist hinüber. Verdammt nochmal. Ich wisse ja, wo ich ne lag. Und müssen Autofahren. Ich stelle die Altstämme wieder hier rein. Hast du ne Axt, hab ich noch. Hunger und Durst gehen noch. Na gut, holen wir uns schnell mal die Säge. Weil ohne geht nie. Ich kann aber ruhig mal wirklich woanders parken. Ich find das nicht so gut. Ich hörte nur auf den ersten Gang hier, oder? Was ihm das klingt. Oh, up to chicken. Die 9mm Pistole hat ja gar nichts gebracht an den Dingern. Oder ich hab nie richtig gezählt. Da liegt sie ja. Die wollten wir bloß kurz haben. Ich hab doch gelenkt. Marschloch. Kannst ja... Au! An... Dass die sich hier alle in den Blick stellen müssen, das find ich nicht gut. Das war schnapp. Die Autoteile aus... Oh! Das fliegt mir doch alles um die Ohren. Kann ich dann bei der Gelegenheit auch mal austauschen. Hier ist so eine hundertprozentige Säge. Wie die Prozente da gleich runter droppt von der Säge? Ei, 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 ei. Roll' noch einen Egel. Den Egel kann man da verbrauchen. So. Weiter geht's. So. Kann ich das weiter ganz machen. So. Jetzt wäre wieder ganz. Da brauche ich noch ein Brett. Ja. Ein Holzbrich wollte ich noch. Und das habe ich doch. Gut. Oh, ich habe noch eins. Oh, du Sack. Mach doch mal nicht sowas. Machen die das auch kaputt? Das finde ich nicht gut. Können die das wagen? Die Brandkarn hat schon wieder Hunger und Durst. Oh, du hast hier leere Bullis. Da. Da ist ja schon gut was drin. So, ich habe jetzt immer mal zu trinken dabei. Besonders ist das Fleisch jetzt hier schon nicht mehr. So. Oh, es ist wieder ein bisschen gesichert. Oh, jetzt kriegen wir das hier wenigstens runter. Hm. Military Component Box. Crafting Material. Keine Ahnung, was man damit macht. Das will ich denn. Da kann man ja noch mal ein bisschen vorm Schlafen gehen. Das ganze Zeug hier. Und rein machen. Alles nicht. Zucker. Dosen. Kröler. Mal Lappen. Lashings. Da kommen die Disken. Die Blätter kommen woanders hin. So. Das Zeils. Machen wir mal schon hier hin. Da sind die Blätter. Da kommen die Holzbretter wieder hin. Die Säge können wir hier rein machen. Und das brauchen wir immer dabei. Also jetzt schlafen. So. Und da. Vielen Dank.